Die Erleuchtung Vorausgesetzt jedem Lebewesen ist die Buddha-Natur eigen, die Leerheit als Natur, die Natur-Leerheit. Dann sind alle Eigenschaften wie Sünde, Armut, Krankheit nur äußerlich. Dann erscheint das Ich, das in die Kausalität verwickelte Ich, als Illusion. Die Buddha-Natur ist von aller Kausalität frei, und im Moment der Erleuchtung, Bodhi, japanisch Satori, im Innewerden der Leere, die der Mensch selbst ebenso wie das gesamte Weltall ist, aus welchem Moment allein die wahre Freiheit des Menschen entspringt, wird dies deutlich. Dem Dilemma, das darin liegt, dass der Mensch immer schon dem Gesetz der Kausalität unterliegt, und dass es keinen Zufall gibt, diesem Dilemma entkommt der Suchende nur innerhalb der Kausalität. Denn das, worum sich die Kausalität dreht, ist die Leerheit, die Buddha-Natur. Daher ist der Mensch bei aller Verstrickung in der Lage, sich dem Guten zuzuwenden und das Gute zu üben, wenn er sich nur an seine Buddha-Natur hält. Die Metaphern hierfür sind zahlreich. Der einem spiegelglatten See gleichende Seelenzustand, klar wie ein makelloser Spiegel, oder rein wie die sich in ihrer vollkommenen Reinheit aus dem Morast ins Licht erhebende Lotosblüte. Es geht um die Ruhe innerhalb aller vermeintlichen Gegensätze, um das Nirwana, zu dem wir durch eine Hinüberfahrt gelangen, allerdings nur bildlich. Denn das Nirwana ist, und für diesen Gedanken hatte die Madhyamaka-Philosophie die Grundlage geschaffen, im Hier und Jetzt. Die Aspekte der buddhistischen Erleuchtung Obwohl die Erfahrung der Erleuchtung in den verschiedenen buddhistischen Traditionen unterschiedlich beschrieben wird und sie verschiedener Ansätze verfolgen, gibt es innerhalb der Traditionen doch bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Die Erleuchtung signalisiert das Ende der Illusion von der Verschiedenheit. Beachten Sie, dass wir Illusion sagen, Wenn Sie erleuchtet sind, sehen Sie sich nicht mehr als eine isolierte Wesenheit in Ihrem Körper oder Kopf, die mit einer Welt separater Objekte und anderen Wesenheiten konfrontiert ist. Stattdessen sehen Sie die Wirklichkeit als ein fortdauerndes Ganzes mit voneinander abhängigen Teilen, unabhängig davon, ob diese Wirklichkeit aus Nichtwesenhaftigkeit, Leerheit, wahrer Natur, Geist, Bewusstsein oder stetig im Fluss befindlichen Phänomenen besteht. Auf einer relativen Ebene kennen Sie natürlich immer noch den Unterschied zwischen Ihrem Körper und dem Ihres Nachbarn, lassen Sie Ihre Schlüssel im ungünstigsten Augenblick im Auto liegen, zahlen Ihre Rechnungen oder vergessen Sie zu bezahlen und wünschen Sie Ihren Kindern, nicht Fremden, gute Nacht. Die Erleuchtung bringt auch das Ende von Gier, Hass, Verblendung und Furcht und bringt einen unerschütterlichen, unbeschreiblichen Frieden, Freude, liebendes Mitgefühl und Erbarmen für andere hervor. Diese positiven Qualitäten sind der natürliche Ausdruck der erleuchteten Sicht, die sich mit der vollkommenen Verwirklichung einstellt. Es gehört zur Erleuchtung, voll in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Beachten Sie, dass einige Erleuchtete wie die Waldmönche weniger in der Welt sind als andere. Sie können das Spiel des Lebens niemals wieder ernst nehmen. Sie haben die scheinbare Festigkeit und Bedeutung der materiellen Existenz und ihrer Beschäftigungen durchschaut und sind nicht mehr in ihnen verfangen, weil sie die leere oder substanzlose, vergängliche oder immanent perfekte Natur aller Ereignisse klar verstehen. Sie gehen mit einem Lächeln auf den Lippen und Liebe im Herzen durchs Leben. Sie helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Sie inspirieren zu Glück und Freiheit, wohin sie auch gehen. Ethische Disziplin, Sanskrit Shila, Meditation, Sanskrit Samadhi und Weisheit, Sanskrit Prajna, sind die Faktoren, die zur Erleuchtung beitragen. Diese Faktoren ergänzen einander. Sich keiner ethischen Disziplin zu unterwerfen, bedeutet im Wesentlichen, dass man mit seinem Lebenswandel anderen Wesen Schaden zufügt. Wenn wir uns so verhalten, schaden wir nicht nur anderen, sondern legen damit auch die Samen für unser eigenes Leid. Dies müssen wir uns klar vor Augen führen, wenn wir eine ethische Disziplin entwickeln wollen, die sich auf Einsicht und Weisheit gründet. Die höchste Stufe dieser Ethik ist die Vorstellung, dass das Glück der anderen mehr zählt als unser eigenes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!